25 Jahre Berufserfahrung, das ist sehr gut. Schließlich ist das hier das Mosach. Wenn Sie irgendwas brauchen, wenden Sie sich an Hubert, unseren Hausmeister. Bei uns gibt es gerade eine Ausstellung, weißt du? Die Künstler nehmen verschiedene Materialien und daraus entsteht dann... irgendwie eine Form. Der Boden wischt sich nicht von alleine. Haben Sie mich gesehen? Nein, nein, ich habe sie nicht gesehen. Kann ich den Eimer haben für eine Installation? Es ist ganz einfach. Du hängst an jedem fünften Faden eine Vulva. Eine was? Wie ist das Konzept? Erklärst du es ihm? Das sind aber schöne Muscheln. Du siehst noch echt gut aus für dein Alter. Du wärst das perfekte Aktmodell. Mögen Sie Ihren Beruf, Maria? Naja, Kurzfrau war nicht gerade mein Traumberuf, ehrlich gesagt. Wir sehen alles, aber wir sagen nichts. Das gefällt mir. Es fühlt sich an, als wäre ich unsichtbar. Es wäre eine Schande, Sie nicht zu sehen. Überraschungsfrühstück. Du siehst aber schick aus. Heute ist der Tag hier und jetzt, nicht gestern, nicht morgen oder übermorgen. Du machst es und zwar richtig. Selbst wenn du panische Angst hast. Wenn du es jetzt nicht machst, ist es zu spät. Danach ist alles vorbei. Bis zum nächsten Mal.